hallo dachte gerade wo ich das video sah erinnerte ich mich was ich ab und zu gefragt werde das warum ob ich türke bin nein bin ich nicht dachte aber gerade dann was mit deutschland hier kann keine wiedererkennung stattfinden hat jetzt ein deutscher mich lachen lassen scheinbar und was war noch vier wörter dabei zwei oder drei der lachte jetzt noch mal weil ich habe so gedacht aber das war nicht zeitgleich so wie vorhin also zwei mal gleich ein beispiel mit gleicher zeit differenz lachte er wegen zwei sekunden mit dem rauch auf weil das ist was richtig der scheint dazu müssen der kann nicht antworten was bahn bedeutet aber ihr mit die kommentarleiste ist kein scherz könnt ihr sagen aus welchem land ihr kommt lachte der gedanken leser wegen bayern das weiß ein anderer der reagiert aber hat er nur gelacht oder was ich höre auf mit dem rauchen weil das ist einfach nur richtig was das ist richtig richtig aber ihr wisst das dankeschön kommentar